Herzlich Willkommen zu den CAE TV News aus dem August. Schweiz. Cannabis konsumieren wird etwas einfacher. Die Schweiz hat ihr Betäubungsmittelgesetz geändert. Absatz 1 August darf Cannabis medizinisch verschrieben werden. Doch das Nachbarland hat ähnliche Probleme wie wir in Deutschland. Viele Ärzte kennen sich nicht mit der Heilpflanze aus oder interessieren sich nicht dafür. Dazu kommt noch der hohe Preis. Cannabis können sich nur Reiche leisten, heißt es vom Medical Cannabis Verein Schweiz, kurz MedCan. Unsere Arbeit ist erst getan, wenn alle Patienten, welche Cannabis medizinisch einsetzen wollen, dieses in der richtigen Form bekommen und auch bezahlen können, so MedCan. Thailand. Großdealer erwischt. Laut Innenministerium waren die Ermittler dem Mann seit Dezember 2020 auf der Spur. Der mutmaßliche Dealer soll für die Produktion hunderter Kilogramm verantwortlich sein. Daneben soll er auch Sozialleistungsbetrug verübt haben, weil er Arbeitslosengeld kassiert haben soll. Ab 20. Dezember 2020 schritten die Ermittler zur Hausdurchsuchung unter Federführung der Drogenpfanner der Außenstelle West des Wiener Landeskriminallandes LKA. Der Staatsanwaltschaft Wien sowie des niederösterreichischen LKA wurden in dem Haus 230 Kilo konsumfertiges Cannabis abgeerntet oder noch an der Staude sichergestellt. Diese Aktion war dann auch das Signal für den 37-Jährigen, sich nach Thailand abzusetzen. Die Staatsanwaltschaft Wien schaltete nach der Flucht des 37-Jährigen die Zielfahndung des Bundeskriminalamtes BKA ein. 270 Tage etwa suchten die Zielfahnder weltweit nach dem Mann. Dann war klar, dass er in Thailand untergetaucht war, wo er sich in mehreren Unterkünften aufgehalten haben dürfte. Die thailändische Polizei nahm den Mann im Juni in Zusammenarbeit mit dem BKA-Zielfahndern fest. Diese brachten den 37-Jährigen dann nach Österreich zurück, wo er am 26. Juni von den Drogenpfannern der Außenstelle West, der den Fall seit Jahren bearbeitet, persönlich empfangen und in die Justizanstalt gebracht wurde. Cannabisanbau als Maßnahme gegen Armut Das Unternehmen Thai CBD CO plant in Zusammenarbeit mit den Behörden von Partaya den Cannabisanbau im Großraum Partaya. Partaya stellvertretender Bürgermeister leitete am 26. August 2022 eine Sitzung über den Vorschlag von der Firma zum Anbau von Cannabis. Der Zweck des Cannabisanbaus in Partaya sei, so der Vertreter von Thai CBD, ein zusätzliches Einkommen für die Anwohner zu schaffen, insbesondere für diejenigen, die unter Armut leiden. Berichten zufolge waren der stellvertretende Bürgermeister und andere Behörden in Partaya mit der Idee einverstanden, die zuständigen Beamten sollen nur das optimale Gebiet für den Cannabisanbau festlegen. Die Behörden baten Thai CBD auch, die rechtlichen Angelegenheiten für die Anwohner zu klären, wobei sie betonten, dass das von den Anwohnern angebaute Cannabis nur als Inhaltsstoff, Kosmetik und Medizin genutzt werden darf. Ja und dann noch eine Meldung aus den USA. Cannabis bereitet eine Trendwende. In den USA hat der Konsum von Cannabis einen neuen Rekord erreicht und ist damit erstmals beliebter als Tabak. In einer aktuellen Umfrage eines US-Meinungsforschungsinstituts gaben 16% der Befragten an Marihuana zu rauchen und nur noch 11% griffen zu Zigarette. Der Konsum von Cannabis nimmt in den Vereinigten Staaten stetig zu, während er von Tabak immer weiter zurückgeht. Sowohl der Cannabiskonsum als auch die Einstellung zu der Droge hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in den USA stark verändert. Noch 2021 gaben 16% an Zigaretten zu rauchen, im Vergleich zu 12% die Marihuana rauchten. Das Institut fragt seit 2013 nach dem Cannabiskonsum und seit 1944 nach dem Konsum von Tabak. Die aktuelle Umfrage weist den höchsten Konsum von Marihuana und die niedrigsten von Tabak aus. Deutschland. THC-Grenzwert im Straßenverkehr muss angeglichen werden. Der Deutsche Verkehrsgerichtstag hat der Politik eine Erhöhung des THC-Grenzwertes im Straßenverkehr empfohlen. Der derzeit angewandte Grenzwert solle angemessen heraufgesetzt werden, teilte das Gremium in Goslar mit. Eine konkrete Zahl wurde aber nicht genannt. Der momentan angewandte Grenzwert für Cannabis liege so niedrig, dass er zwar den Nachweis des Konsums ermögliche, aber keinen Rückschluss darauf zulasse, ob die Verkehrssicherheit beeinflusst sei, teilte der Verkehrsgerichtstag mit. In der Praxis führe das dazu, dass der Betroffene in einem nicht vertretbaren Umfang sanktioniert würde, bei denen sich eine Verminderung der Fahrsicherheit aus wissenschaftlicher Sicht nicht tragfähig begründen lasse. Derzeit liegt die Grenze bei einem Nanogramm THC pro Milliliter Blutserung. In den vergangenen Tagen war dem 60. Deutschen Verkehrsgerichtstag über eine Erhöhung des THC-Grenzwertes diskutiert worden. Also rund 1300 Menschen nahmen an dem Kongress teil, darunter Juristen und Verkehrsexpertinnen. Ja, der Gerichtstag zählt zu den wichtigsten Treffen von Fachleuten für Verkehrssicherheit und Verkehrsrecht in Deutschland. Und die Empfehlungen des Gremiums werden in der Politik bei der Gestaltung neuer Gesetze oft berücksichtigt. Ja, und auch die Hanfparade zog durch Berlin und forderte Legalisierung von Cannabis. Laut Polizei kamen am Samstag Nachmittag bis zu 1500 Demonstrierende in die Nähe des Roten Rathauses zusammen. Die sogenannte Hanfparade sollte von dort Richtung Reichsgebäude ziehen. Gefordert wird eine gesetzliche Erlaubnis für Drogen wie Marihuana und Haschisch sowie Cannabisprodukte als Medizin. Die Hanfparade findet bereits seit 1997 statt. Erst am Freitag hatten die Berliner Grünen gefordert, auch harte Party-Drogen wie Kokain, Exzessive und Amphetamine zu entkriminalisieren. Das Recht auf Rausch sollte in der Stadt der Freiheit wie Berlin selbstverständlich sein. Das klappt auch ohne die Mentalität einer bayerischen Dorfpolizei, so der grünen Fraktionsvorsitzende Werner Graf. Ja, und die Polizei provozierte und schikaniert weiterhin nicht nur in Mittelfranken. Mit einer offenbar scherzhaft gemeinten Hashtag hat die Polizei Nürnberg für Empörung gesorgt. Ja, was war passiert? Ein Anrufer aus Nürnberg habe mitgeteilt. So hat die Polizei auf Twitter, dass es jeden Abend im Haus nach Cannabis rieche. Was in manchen Wohngegenden, etwa in Berlin, zum Alltag gehören mag, sorgt in Mittelfranken tatsächlich für einen Polizeieinsatz. Ja, wenig später teilten die Beamten mit, bei einem Bewohner, das sei Marihuana sichergestellt worden, ihn erwarte nun eine Anzeige. Demnach verwirrte die Polizei wohl mit diesem SEK-Tweet. Sie bekam fast 200 Antworten, die meisten davon sind verärgert. Ja, der Stein des Anstoßes war also dieser Hashtag, den sie verwendeten, also Hashtag SEK kommt, lautete dieser. Dahinter ein Zwinker-Smiley. Auf Anfrage stellten die Polizisten klar, dass kein Sondereinsatzkommando unterwegs sei. Ein Nutzer schreibt darunter, sagt mir bitte, dass jemand euren Account gehackt hat und damit seine private provozierende Trollspielchen getrieben hat. Nicht lustig, findet eine weitere Nutzerinnen-Tweet. Ihre Nachbarin rochen auch jeden Abend Cannabis, doch diese seien zum Glück nicht gemein und dumm, sondern sprechen mit ihren Nachbarn. Und so wissen sie, dass ich medizinisches Cannabis brauche und rufen keine Leute herbei, die mir und meiner Familie Angst machen und mit dem SEK drohen. Ein weiterer Twitter-User nennt die Tweets der Nürnberger Polizei maximal peinlich. Kritisiert wird auch, dass in Bayern Cannabiskonsumenten angeblich härter verfolgt werden als in anderen Bundesländern. Der Vorwurf taucht immer wieder auf. Im Jahr 2021 zählten allein die Polizei Mitte Franken knapp 4000 Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis. Ja, und noch eine kleine Meldung aus Österreich. Online-Handel mit Cannabis-Wirkstoff HC blüht. Die Staatsanwaltschaft und Gesundheitsminister sind wohl alarmiert. Cannabis-Rechtsexperte Wolfgang Pöttl fragt, Hexahydro-Cannabinol legal am Online-Markt? Ja, Hexahydro-Cannabinol, kurz HC, treibt derzeit immer mehr Online-Blüten und andere Präparate in Deutschland oder Österreich auf dem Markt. Findige Online-Händler bieten plötzlich HC-Produkte an und beschreiben diese auch gleich als psychoaktiv. Das wird die Staatsanwaltschaft und die Behörden zu interessieren haben. Denn es könnte fraglich sein, ob HC-haltige Produkte überhaupt in den Verkehr gebracht werden dürfen. Ein zu bedenken rechtlicher Anknüpfungspunkt wäre jedenfalls das Bundesgesetz über den Schutz vor Gesundheitsgefahren im Zusammenhang mit neuen psychoaktiven Substanzen in Österreich. Immer wieder wird HC auch mit THC in Verbindung gebracht. In Österreich dürften Cannabis-Produkte nur mit einem THC-Gehalt unter 0,3% in den Verkehr gebracht werden, außer Arzneimittel. Sollte sich herausstellen, dass das in Verkehr bringen von HC-haltigen Produkten gegen das Gesetz verstoßt, hätten nicht nur die Betreffenden und die fantasievollen Online-Händler, die Staatsanwälte, Behörden und Gerichte am Hals. Ein spannendes Thema. Bei den Behörden läuten natürlich die Ambalam-Glocken. Auf jeden Fall erfolgt nun eine penible Überprüfung des österreichischen und deutschen Online-Marktes hinsichtlich der angebotenen HC-Produkte. Ja, es wäre schön, wenn ihr unseren Kanal unterstützen könntet, vielleicht in Form eines Super-Sanks. Ansonsten lasst ein Abo da und natürlich euren Kommentar. Bleibt sauber und heiter. Bis dahin. Bye-bye.